Außen im Berlin-Tag trägt heute das Tentum für politische Schönheit symbolisch die Toten der EU-Außengrenzen vor das Bundeskanzleramt. Und unter dem Motto, Europa geht anders, demonstrieren ebenfalls in Berlin viele gegen die Austeritätspolitik und für Solidarität mit der griechischen Regierung. Unser Guss gilt aus Dortmund, all jene, die die Menschlichkeit hochhalten. Weltweit, innerhalb Europas und auch in der Bundesrepublik schreitet die Spaltung in Armutreich immer weiter voran. Armut ist nicht nur bittere Realität, sondern weiterhin auch zunehmende Realität in diesem reichen Land, insbesondere auch in Nordrhein-Westfalen. Der aktuelle Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes liefert erschreckende Zahlen. 17 Prozent der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen leben unterhalb der Armutsgrenze. In den letzten zehn Jahren ist die Armut um 22 Prozent gestiegen. Mit dem Großraum Köln-Düsseldorf kommt neben dem Ruhrgebiet eine weitere Region hinzu, die mehr und mehr als Armutsregion bezeichnet werden muss. In NRW leben 1,2 Millionen erwerbsfähige Menschen, die von Hartz IV betroffen sind. Hinzu kaum eine halbe Million Kinder und unzählige Menschen, die Grundsicherung im Alter erhalten. Prekäre Arbeit und Lebenswelten weiten sich aus. Die Saar dazu haben SPD, Grüne, CDU und FDP mit der Agenda 2010 gelebt. Die Regierung von Hannelore Kraft ist nicht willens, dem entgegenzuwirken. Gutram Schneider hat nun angekündigt, ein Programm zur Armutsbekämpfung. Insgesamt 4 Millionen Euro sollen dafür zur Verfügung stehen. 4 Millionen, das sind etwa 1 Euro pro von Armut betroffenen Menschen. Das ist doch zynisch, liebe Renossen. Anders kann man das noch gar nicht bezeichnen. Wir erleben gerade, dass sich immer mehr Menschen, aber auch gleichzeitig Arm sein, trotz Arbeit nicht mehr gefallen lassen wollen und sich wehren. In den letzten Wochen ist eine große Streitwelle durch Deutschland und auch durch den Nordrhein-Westfalen gesprach. Wir haben die Menschen darin gestärkt, aktiv für ihre Interessen einzustehen und waren beinahe zu jeder größeren Streitaktion vor Ort, um unsere Solidarität zu befinden. Wir sind solidarisch mit den berechtigten Forderungen der Lokführerinnen, Erzieher, Postangestellten und Einzelhandelsbeschäftigten. Eine neue Streitwelle geht um in Deutschland und es wurde auch höchste Zeit dafür, liebe Genossinnen und Genossen. Ganz besonders freut mich deshalb auch, dass wir hier unter uns KICK-Beschäftigte haben, die auch derzeit für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. Herzlich willkommen, Andreas. Herzlich willkommen, Andreas. Es ist unmöglich, dass du gekündigt werden sollst, weil du ein Interview für die linke Zeitung der LRG-Betrieb und Gewerkschaft gegeben hast. Wir stehen an deiner Seite. Wir sind solidarisch mit den Menschen. Liebe Genossinnen und Genossen, das Thema Umverteilung, Armut und soziale Frage muss wieder in dem Zentrum der politischen Auseinandersetzung in Nordrhein-Westfalen stehen. Das muss das zentrale Thema für uns als Partei in Nordrhein-Westfalen sein. Auch außerparlamentarisch wollen wir in dieser Frage jetzt schon Druck auf die Regierung und Kraft erhöhen. Liebe Genossinnen und Genossen, das muss die zentrale Message von diesem Landesparteitag in Nordrhein-Westfalen sein.